mit vollgas haut der abs warte markieren alter jetzt habe ich schon wieder vergessen wie der hieße warte warte wenn ich den namen sehe fällt mir ein smirks 880 ja genau ja bestimmt dann teleportieren wir uns in die basis und holen unseres darlings auch warte ich gucke ja wo ist er denn gleich kommt bestimmt ein orbitalschlag jetzt ja eine insel ja ja mein gott da gehen wir doch mal guck mal was der spacko will was da so schön ist da stehen hat ja du hast ja eine hässliche fresse alter mit dem gesicht würde ich ja nicht rumlaufen leck mich am arsch es ist ja unfassbar ist doch nicht dein ernst oder naja siehst du doch frankenstone ja das war ihm jetzt anscheinend auch zu peinlich und jetzt jetzt gehen wir in die erste etage und jetzt gehen wir in die erste etage und jetzt gehen wir in die erste etage und jetzt gehen wir in die erste etage da gibt es noch mehr schmuckstückchen und jetzt gehen wir in die erste etage und jetzt gehen wir in die erste etage auf also wie funktioniert das ist ja schon gar nicht mehr hier drin der ist ja schon wieder draußen wir sind auch in der garage so geil oh ich muss sagen hier der 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 gefällt mir richtig gut bis auf diese coolster so zu meinen großen hammer aus dem man hier war die ganzen autos ja das wäre geil das geht weil ich mal treten naja er hat sich schon mühe gegeben also da kann man nicht mehr kann schon ein paar coole karren dabei wie gesagt wenn man wenn man hier mit dem radiergummi drüber geht das weg macht dann ist das voll okay die farbe finde ich cool ist was außergewöhnlich ist na gut verlassen wir diesen gastlichen ort soja kommen da gucken wir noch einen hangar an mein gott der junge ist das ist ja so lieben hatten wir noch nie naja ob das so lieb ist weiß ich nicht er ist zeigefreudig sagen was stehen da jetzt fünf papier flieger ach geil ja gut der junge hat keine freunde weißt du keinen dem er was zeigen kann ach ja okay ja hier hat er noch niemand anders eingeladen darf auch mal gucken der ist vom reset vertraut geblieben was ist denn das ist so ein anhelator oder bin ich blöd den hat den stellt sich den kauft sich doch kein mensch das ist auch schott kauft sich auch keiner was willst du damit ja gut nee das ist nicht das problem aber da gibt es ja viel bessere ich meine hunter ich soll dich anrufen ich habe was hat denn jetzt gemacht für einen tollen trick ja ja schon klar hier so ein ach ist ein glitsch ja aber ich kann da leider nicht einsteigen ja cool du triffst echt die geilsten leute hier so und jetzt will er mit der welkery fliegen komm wir gucken ob wir da einsteigen können wenn er da drin sitzt ich wollte auch gerade sagen wollen du die große kanone ja junge ja gut da fliegt mal los ja ja geil ne ich bin irgendwie vorm hangar also keine ahnung ich bin zwar die rakete wird ihn holen die ich 9 ich ich es ich Bis zum nächsten Mal.